Spanien gewinnen, sind Gruppenerster, gehen Italien aus dem Weg. War das genau der Plan? Ja, am Ende ist es gut aufgegangen. Ich glaube, wir haben heute vielleicht gegen die beste Nationalmannschaft der Welt gespielt. Und ja, wir haben richtig gut gekämpft. Ich glaube, das Resultat ist auch kein Zufall. Ich glaube, wir haben das verdient, vor allem eben. Wir haben uns einer für den anderen richtig auf den Kopf geworfen. Und dieser Resultat zusammen gekämpft. Und jetzt möchte ich natürlich auch weitermachen. Haben Sie mitgekriegt, was Dario Srirna vor dem Elfmeter noch Ihrem Kiefer gesagt hat? Weil offensichtlich war es die richtige Info, weil er gehalten hat. Ich habe mich gefragt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, einfach ein bisschen auch die Leute, ja, oder hat sich Ramos ein bisschen unruhig zu machen. Es hat geholfen. Ob er dann ihm vielleicht den Tipp auch noch gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat es gut geklappt. Aber eben, ich glaube, auch mit dem Elfmeter, die ganze Leistung von uns war richtig gut. Und wir möchten auch so jetzt in die nächste Spiele gehen. Ranketitsch, Iniesta, Kameraden und zwei absolute Stars hätten Sie... Das war es für Sie... Aber bin